Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ganz herzlich willkommen heute zu dieser ersten Podcast-Folge am Sonntag Ex Audi. Ex Audi, das ist lateinisch und bedeutet Erhöre. Es ist eine Gebetsbitte, die aus einem Psalm entnommen ist und als Überschrift gewählt wurde für diesen Sonntag in der kirchlichen Tradition und es macht uns aufmerksam, dieses Wort darauf, dass Gott unser Gebet erhört und dass wir ihn bitten dürfen. Ex Audi, das ist nachdrücklich. Erhöre doch. Wo gab es bei Ihnen Situationen, in denen Sie das Wirken Gottes erbeten haben? Wo gibt es im Moment, in Ihrem Alltag Momente, in denen Sie Gottes Nähe besonders brauchen? Wo suchen Sie die Begleitung Jesu, des guten Hirten, ganz besonders? All das findet Platz in diesem Wort Ex Audi, in diesem Gebetswort Erhöre. Wir stehen in der Zeit zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Dieser Sonntag markiert quasi die Mitte. Wir erinnern uns an Himmelfahrt daran, dass Jesus zum Vater aufgefahren ist und nun als König herrscht und regiert, auch über unserem Leben. Und der zweite Punkt, Pfingsten, das steht noch vor uns. Da erinnern wir uns daran, dass Jesus seinen Heiligen Geist schenkt und geschenkt hat. Und dass das auch für uns heute gilt, dass seine Kraft in uns wirksam werden will. Gott rüstet uns aus, als Einzelne und als Gemeinden, damit wir uns gegenseitig ermutigen und aufbauen. Ja, damit wir in seiner Kraft unterwegs sind, in den Herausforderungen des Alltags, dass wir den Dienst Jesu für jedermann und jede Frau in dieser Welt tun, dass wir mitwirken, dass Gottes Reich sich ausbreitet. All das in der Erwartung, dass Gottes Heiliger Geist in uns dabei mächtig wirkt. Mit den Worten eines alten Kirchenliedes gesprochen könnte man den Sonntag Ex-Audi auch so überschreiben. O komm, du Geister Wahrheit und kehre bei uns ein. Verbreite Licht und Klarheit, verbanne Druck und Schein. Gieß aus dein Heiligfeuer, rühr Herz und Lippen an, dass jeglicher Getreuer den Herrn bekennen kann. Ex-Audi, Herr, erhöre doch diese Bitte für uns ganz persönlich und als Kirche. In unserer heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage Neuvertrag oder Vertragsverlängerung. Nicht nur eine Frage, die wir täglich beantworten, mindestens jährlich einmal, wenn wir uns Gedanken machen, ob wir denn einen neuen Handyvertrag brauchen oder ob der alte weiterlaufen soll oder wenn es um die Versicherung geht oder eben um den Energielieferanten. Wer kennt es nicht? Der Mobilfunkvertrag, er läuft 24 Monate und danach haben Sie die Wahl, kündigen oder er verlängert sich um ein weiteres Jahr. Vertragsverlängerungen in unserem Alltag müssen ständig geprüft werden. Wir fragen, ob das Angebot noch taugt oder ob es vielleicht etwas Besseres gibt, das besser zu unseren Bedürfnissen passt. Egal, ob das die Versicherung oder das Handy ist, Stromanbieter eben oder anderes. Und es ist eine ganz schön aufwendige Geschichte, finde ich. Aber ich bin froh, dass ich mich zum Beispiel in den wichtigsten Fragen im Leben auf einen ganz starken Partner verlassen kann. Den besten, den es gibt. Und den kann ich von Herzen weiterempfehlen. Ganz besonders heute Morgen. Bei ihm brauche ich mir nämlich keine Sorgen zu machen. Keine Sorgen darüber, dass ich nicht das Beste für mein Leben bekäme. Keine Sorgen darüber, meine Situation und Zukunftsplanung würde ihm aus dem Blick geraten. Er ist nicht nur ein Anbieter unter vielen, sondern, ich sage es ganz vollmundig, er ist schlechthin der Beste. Wer bei ihm ist, der hat in den wichtigsten Fragen ausgesorgt. Er hat nicht nur die beste Option für uns, sondern er gibt auch Langzeitgarantie. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter, Ewigkeitsgarantie fürs Leben. Ich kann sagen, zu ihm gehören dürfen, ist ein echtes Privileg. Und das Schöne ist, dass jede und jeder zu ihm wechseln kann. Auch du. Wer wird da nicht neugierig? Und vielleicht habe ich hier Interesse geweckt. Ich rede von Jesus Christus. Wer mit ihm durchs Leben geht, der begreift erst, wie Leben nämlich eigentlich sein könnte und was Leben ist. Mit anderen Worten gesagt, er gehört seit jeher zu einem Familienunternehmen mit Tradition. Sein Vater ist der Gott Abrahams, Isaks und Jakobs. Der Gott Israels. Der Schöpfer der Welt. Also durchaus eine ganz lange Tradition. Und ein Blick in die Geschichte zeigt, er hat einen Lebensvertrag mit seinen Menschen geschlossen. Gott hat einen Lebensvertrag mit seinen Menschen geschlossen, damals mit Israel. Er sagt, ich will euer Gott sein und ihr sollt mein Volk sein. Ich gebe euch meine Worte, dass ihr leben könnt und damit euer Miteinander gelingt. Um nur ganz wenige Auszüge aus diesem damaligen Lebensvertrag mit Israel zu zitieren. Aber das Schöne ist, dabei wollte er es nicht lassen, sondern er hat dann gesagt, alle Menschen sollen in den Genuss kommen, zu mir zu gehören. Und sie sollen spüren, dass ich sie unendlich lieb habe. Und deshalb versprach er, mit der ganzen Welt einen Neuvertrag zu schließen. Und in diesem Neuvertrag steht folgendes. So spricht der Herr. Es kommt die Zeit, in der ich mit dem Volk Israel und mit dem Volk Judah einen neuen Bund schließe. Er ist nicht mit dem zu vergleichen, den ich damals mit ihren Vorfahren schloss, als ich sie bei der Hand nahm und aus Ägypten befreite. Diesen Bund haben sie gebrochen, obwohl ich doch ihr Herr war. Der neue Bund, den ich dann mit dem Volk Israel schließe, wird ganz anders aussehen. Ich schreibe mein Gesetz in ihr Herz. Es soll ihr ganzes Denken und Handeln bestimmen. Ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. Niemand muss dann den anderen noch belehren. Keiner braucht seinem Bruder mehr zu sagen, erkenne doch den Herrn. Denn alle, vom Kleinsten bis zum Größten, werden erkennen, wer ich bin. Ich vergebe ihnen ihre Schuld und denke nicht mehr an ihre Sünden. Mein Wort gilt. So lässt Gott ausrichten durch den Propheten Jeremia. Und heute darf ich Ihnen und Dir ganz persönlich sagen, seinen Vertrag mit uns hat Gott schon unterschrieben. Das versichert uns Jesus. Wenn wir auf das Kreuz schauen, sehen wir das. Gott hält, was er verspricht. Er ist treu. Und er erfüllt alle seine Verheißungen. Und er ist da für uns. Er kommt uns entgegen mit offenen Armen. Sein Lebensneuvertrag gilt. Worauf wir also noch warten? Wer mit Jesus ein Leben beginnt, der merkt, ja, dieses Leben lohnt sich. Und wer mit Jesus ein Leben beginnt, der wird feststellen, ich bin nicht allein. Das sind viele, viele, die zu ihm gehören. Viele, die mir Mut machen. Egal, wo sie heute stehen, egal, wo du heute stehst, Gott ruft nach ihnen. Er nennt liebevoll deinen und ihren Namen. Und er lädt ein. Gott hält, was er verspricht. Gib seinem Neuvertrag dein Ja. Er hat seins schon längst gegeben. Amen. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Sonntag Ex Audi ist im Kirchenjahr zwischen Himmelfahrt und Pfingsten. Er markiert quasi die Stelle zwischen der Zeit, in der Jesus aufgefahren ist, in den Himmel, nun beim Vater sitzt und die Herrschaft angetreten hat. Und auf der anderen Seite zwischen der Verheißung seines Heiligen Geistes, den er versprochen hat zu senden, wenn er erhöht ist. Der Wochenspruch für die kommende Woche fasst das so zusammen. Christus spricht, wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Wir warten in dieser Woche nun auf das Kommen des Heiligen Geistes, auf das Wirken des Heiligen Geistes. Wir erbitten es, wir freuen uns dran und wir sind offen und gespannt für sein Wirken in unserem Alltag. Ich wünsche Ihnen eine gute, eine gesegnete Woche. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft. Er bewahre eure Herzen und Sinne, in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Machen Sie es gut. Amen. 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 Amen.